So meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Rocket League im 2 gegen 2 Ranked. Ich bin gerade etwas reingeworfen, aber ich gerade eben noch was mit der Musik geguckt habe. Aber gut, kriegen wir schon hin. Ja, das ist ein scheiß Ball. Okay, dann geh noch einmal dran. Danke. Das hat sich jetzt gelohnt. So, einmal in die Mitte. Ich muss auch gleich nochmal richtig ans Mikrofon gehen. So, jetzt. So, das ist übrigens die letzten zwei Spiele, die wir jetzt noch brauchen zum Ranked, zum Einranked. Deswegen habe ich mir überlegt, machen wir die gleich alle beide. Also heute Doppelfolge. Auch wenn ich genau weiß, das wird mich demnächst wieder echt, echt ficken. Weil ich dann wieder ewig lang kein Part mehr habe. Aber gut. Also weil ich dann wieder Stress habe, wenn ich ein Part brauche. Weil ich mich kenne. Ja, okay. War nicht so semi gut. Äh, war nicht so schön. So, das einmal. Warte mal, ich habe genug Nuss und... Oh, fuck. Naja. Ich habe genug Nuss, um den nochmal zu bekommen. Right. Ich habe keinen Nuss, um daraus irgendwas zu... Ach, du Scheiße. Irgendwas Vernünftiges zu machen. Der könnte aber auch reingehen. mit Köpfchen. Nicht einfach wild drauf. Manchmal sind solche Bälle auch... auch praktisch. Ne, wir warten. Den kriegt er nie im Leben vernünftig rein. So, oh. Der stand ich aber auch ganz anders, als ich gehofft hatte. So, mal gucken, ob er da... Oh, das hätte ich uns eigentlich gegönnt, weil das war echt ein geiles Zusammenspiel. Wenn ich mal so ganz ehrlich bin. Mhm. Nöp. Ja, der kriege ich auch nicht... Oh, wollen wir doch. Ja. Das tut mir etwas sorry. Weil das war blöd. Ja, das habe ich natürlich... Sehr, sehr overextendet. Aber ich bin davon ausgegangen, dass ich ihn kriege. Hat er gut bekommen. Äh, wir spielen keinen Basketball, deswegen müssen wir jetzt mal dran. Aber der kommt schon echt gut. Schön. Direkt den Fehler... Negiert. Aufgehoben. Egalisiert. Steht wieder 2-2. Neutralisiert würde er aufgehen. Wir halten gerade so ein. So. Wie machen wir das? Der ist aber ganz schön geflogen. Der hätte trotzdem mal reingehen dürfen, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir gucken mal, ob wir ihn hier... Wir werden ihn hier nicht stören. Da wird er ihn stören. Ja, wir sind hier zum Glück hinten geblieben. Okay. Ach, fuck. Der sollte in die Mitte gehen. Oh, fuck. Komm ich da nochmal hinten? Nein. Schade. Okay, der ist ja ganz schön vorbeigesprungen. Nicht nur so ein Busy. Hm. Hm. Nicht zufrieden. Guck mal. So, da haben wir denselben Gedanken. Äh, das wird leider nichts. Ach, du Scheiße. Das war doch kein Schuss. Auch schön vorbei. So. Einmal der Tschüss. Aber vielleicht ist es nicht ganz so praktisch. Ne, wir warten. Und gehen da dran. Ich hab zwar kein Nuss. Aber ganz... Oh, fuck. Fuck. Ja, okay. 3-2. Ist okay. Den safen wir hier noch. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Spiel. So, das letzte Spiel. 2 gegen 2 rankt, bevor wir einen Rang bekommen. Und ich hab tatsächlich etwas Schiss. Wir sind zur Zeit DIA 3. Also, der letzte Lobby war eine DIA 3 Lobby. Davor hatten wir auch schon oft DIA 3 Lobby. Ähm. Also, nichts gegen DIA 3. Aber ich hätte eigentlich schon gerne Champions Lobby. Äh, nicht Champions Lobby, sondern... Ach, du Scheiße. Äh, den Champions Rang. Ach, du Scheiße. Der ist nicht ansatzweise so weit nach vorne gegangen, wie ich gehofft hat. Ja, das war auch eher Semi. Gut, soviel dazu. Müssen wir mal schnell gucken. Dass wir schnell was Gutes hinbekommen. Ja, damit hab ich gerechnet. Äh, oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Hm. Nicht ganz. Oh, aber sie haben hier das Nuss übergelassen. Finde ich sehr nett von denen. Ja, okay, schade. Äh, den krieg ich aber locker zu... Okay. Ja, dir nehm ich das Nuss weg. Ach komm, du bist... Du stehst so gut. Ja, okay. Warum hab ich nochmal was gesagt? Das war jetzt natürlich auch... Äh... Uiuiui. Jawohl. Sonst hoffen wir mal, dass er draus... Oh. Ja, okay. Warum auch immer er da steht. Das hab ich jetzt nicht verstanden. Das war eigentlich safe mein Ball. Ah, ne. Den krieg ich nicht. Oh, Latte. Aber er macht rein. Sehr schön. Sehr gut. So, wir müssen dran. Ah, das war eher... Oh, der geht da das Nuss holen. So, den schießen wir erstmal nach vorne. Ich hoffe, dass er da eigentlich in die Ecke geht. Dann können wir den hier abfangen. Oh, er hat in die falsche Richtung gedreht. Schade. Aber wir nehmen hier auf jeden Fall... Oh, okay, okay, okay. Ich hab eigentlich gedacht, da geht er dran. Geht er da dran? Der geht da dran? Ja, wird... Genau. Nicht so gut. Das wird auch nix. Da guck ich ihn lieber, dass ich ihn hier hinten irgendwie nochmal bekomme. Auch nicht... Auch nicht mein bester Ball. Das war nicht... Eindeutig nicht der beste... Ah, super. Nicht das beste zum Nuss einsammeln. Boah, als ob der direkt kontert. Wie auch immer ich den jetzt bekommen hab. So, der sieht so gut für ihn aus eigentlich. Nein, 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 da geht er nicht dran. Gut. Also, abgesehen davon, dass es halt echt ein Scheißversuch war von mir. Da geht er auch nicht dran, obwohl ich hinten bin. Okay. Oh! Als ob er da nicht irgendwas gemacht hat. Uff! Okay. Okay. Ja, kein Nuss, keine Chance. Das Spiel ist scheiße. Da hätte er auch nicht dran gehen dürfen. Ich stand links, wie in den Kommentaren immer empfohlen. Der, der links schreibt. Äh, wie ihr immer in den Kommentaren geschrieben habt. Ah, das ist grad Katastrophe. Jetzt ist er wahrscheinlich noch AFK. Oh, ne. Spielt weiter. Ich sag halt, noch ist alles drin. Und wenn's nur die Punkte sind. Oh. Wie hab ich denn den jetzt... Wie hab ich denn gerade eben so geil gespielt? So, in der... Oh, viel zu weit vorne. Ah, den krieg ich. Nicht gut, aber den hab ich bekommen. Ja. Kann ich nur draufbolzen. War relativ sicher, dass der nicht reingeht. Natürlich nicht. Er auch nicht. Oh. Ja. Steht halt... Steht halt nicht meinem Spielstil passend. Wird die A3. 100 pro. Wird die A3. Das sage ich ja. Die A3. Schade. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis denne. Tschüss.